erstmal hoch fliegen kann ich die sachen die ich eben aufgesammelt habe auch unterschleusen die darfst du nicht eins haben du darfst da nicht hin die werden von einer seite zur anderen seite gespuckt eine schaltung hat sich aufgehangen hat sich aufgehangen doch guck mal nein es kommt runter er war nur bei ein dispenser guck dir das an komm schnell ich kann Tatsache ich komme hier nicht hoch warum das denn seit wann hängt die sich auf hat mir noch nie jetzt geht's nur zwei stück schmeißen jetzt wieder alle jetzt geht's weg hier ja ich nehme gerade auf deswegen ich muss dann gucken unten ist hat pech ich mal sagen ach ne einmal tp all gemacht und wo das hinspritzt wie das durch kreuz und quer durchgeworfen wird das tut hier oben einfach ein bisschen fleisch rein ein stack weil das hat da jetzt einfach mal das deck fleisch noch eingetan hat also wie sagt sich opel tp also an den jetzt gekickt ich sammle die ganze scheiße ein weil ich hier stehe guck mal die werten worte von einer seite zur anderen seite geschmissen hier jetzt kann ihr doch mich fangen ist hier pvp an einer hatte eine vergiftungstrank deswegen wenn es alle drauf gehen aber opel ist wirklich moderator was er nicht angenehm hat was denn oh krabbel